Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Hör zu, Süße. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? Moira. Nein, ich glaub es nicht. Sie ist auf keinen Fall. Hat Moira dich wahnsinnig gemacht? Nein. Moira war nett. Ha! Ein gutes Herz hat sie. Sie hat bestimmt ein bisschen von Polly in dir gesehen. Ihre Schwester. Woher hast du den Armreif? Die Insel. Eine Frau hat dadurch gesprochen. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Eine Frau. Die Aufseherin. Ich hab den Reporter über ihr kleines Experiment gelesen. Ich hab den Barry, schau! Edward Thompson. Er war bei TerraSafe. Verdammt! Darum habe ich ihr gesagt, sie sollte ich raushalten. Da drüben sind welche. Such dir Deckung. Ich erledige sie, bevor sie uns sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.